Durch die Affäre um die Finanzierung der Nord Stream 2 Pipeline fordert in einer Umfrage eine Mehrheit den Rücktritt von Manuela Schwesig. Laut einer repräsentativen Insa-Umfrage wollen 48 Prozent der Befragten, dass die Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern ihr Amt niederlegt. 63 Prozent stuften die Russland-Verstrickungen von Manuela Schwesig als bedenklich ein. Eine Mehrheit denkt außerdem, dass die Affäre der SPD bei den anstehenden Landtagswahlen in NRW schaden wird. Manuela Schwesig selbst denkt nicht an einen Rücktritt. Sie will, wie sie sagt, den Erwartungen und dem Vertrauen der Wähler gerecht werden.